Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf Deine Weise. Steht nur drauf. Ist okay. So kleine Sachen dahinter, mein Gott. Das kommt nicht drauf. Das kommt. Streichen. Sofort. Big Messer befiebt. Der Kurz. Ja, ich bin der Einzige, der hier Probenkostüme hat. Okay, ja. Ja, nur weil er sich so zwar keine Leistung hat als Tenor. Hans hat auch sein Probenkostüme. Soll ich es nicht abkommen? Bei ihm ist es egal, was er sagt. Bei mir ist es wurscht. Der sieht immer gleich schön aus. Jungs, das Ganze muss nur bis acht dauern. Wenn wir jetzt loslegen und keine Fehler machen. Ja. Für mich ist die Soufflöse überhaupt nicht zu sehen. Ist unter der Tischkante von hier völlig im Finstern. Ich sehe gar nichts. Das Gesicht ist total im Finstern. So. Ja. Ah. Hallo. Wäre besser noch, wenn Sie neben dem Dirigenten sitzen. Das ist besser als vorher so. Wenn Sie neben dem Dirigenten sitzen. Aber das kriegen wir auch nicht hin. Das ist eine Spur in die Nachricht. Also nicht wirklich. Sehr gut. Badaaa. Ich bin vor. Ich bin vor. Ich bin vor. Ein bisschen. Ja. Badaaa. 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 Boah. Ich sehe immer 50. Wir rotischen Genichte. Wow. Echt. Bäm. 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 Därem. Bäm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020